Parashvamatsyendrasana, der Flankendrehsitz. Es gibt verschiedene Variationen, die als Flankendrehsitz bezeichnet werden können. Vishnu Brema zeigt eine davon. Ausgangsposition ähnlich wie beim Drehsitz. Und von hier ausgehend gibst du die Ellbeuge um das Schienbein herum. Und faltest dann die Hände hinter dem Rücken. Und dann drehst du zur Seite. Es gibt dabei zwei Möglichkeiten. Du kannst zu der Seite drehen, wo das Knie gebeugt ist. Oder du kannst auch in die andere Richtung drehen. Vishnu Brema zeigt gleich noch die andere Seite. Und ein paar Worte zu Matsyendra. Matsyendra, auch genannt Matsyendranata, ist einer der 84 Siddhas. Er zählt zu den großen Begründern des Hatha-Yoga-Systems. Er soll das Hatha-Yoga direkt von Shiva gelernt haben oder auch von Bharavati. Er hat das Hatha-Yoga dann weitergegeben an andere Meister. Matsyendranat, der Herr der Fische, wie er auch genannt wird. Er soll erst ein Fischkörper gehabt haben und durch die Gnade von Shiva zum Menschen geworden sein. Soweit zu diesem Asana Parishwa Matsyendra-Sana. Alle Variationen von Matsyendra-Sana auf wiki.yoga-vidya.de oder Yoga-Vidya-App. Verw contradiction ist das Hatha-Yoga. Vertraue extra giert. Du hast ein Fischkocher gefragt. Vertraue extra giert. Vielen Dank.